Ich bin der Steffen Haug, einer der Geschäftsführer der Media Resource Group. Die Media Resource Group stellt für die Awardshow die Medienserver sowie die Kamera- und Bildtechnik. Für das Foyer und den Bürgersaal bringen wir Beleuchtungs- und Beschallungstechnik ein und machen es den Gästen ein kleines bisschen nett. Ja, schon. Wir sind digital unterwegs. Alles wird schneller, alles wird kurzfristiger. Die Geschwindigkeit geht nach oben. Dazu kommt durch die Professionalisierung, dass die Menschen besser ausgebildet, besser qualifiziert sind. Dann mischt sich zu den realen Formen die virtuelle Welt hinzu, der wir uns ja immer wieder so gern bewegen. Wobei die Kernaussage eigentlich bleiben sollte, Botschaften müssen ankommen. Unsere Antwort als kreativ-technische Dienstleister auf die Herausforderung der Branche ist Emergy. Emergy betrachtet sämtliche für eine Veranstaltung eingesetzten Ressourcen. Das heißt, dass letztendlich der Wirkungsgrad jedes eingesetzten Euro mit uns, damit der Resource Group für Sie als Kunde höher ist.